herzlich willkommen liebe zu sehr schön dass du wieder dabei bist heute ein ganz ganz spannendes thema und ein lieber gast anja schäfer wir hatten schon ein gespräch vor längerer zeit und ich freue mich heute ihr die bühne zu bieten die möglichkeit ihre konferenz vorzustellen ich finde das ganz faszinierend und ja so einfach offen neugierig es wird sicher spannend liebe anja herzlich willkommen ich danke dir liebe michelle für deine einladung und für die möglichkeit dass ich auch hier bei dir über diese großartigen konferenzen es sind ja zwei wie du weißt sprechen darf vielen vielen dank also ich finde das thema spannend und sind ja einige ja freunde bekannte von mir auch dabei werden wir sicher darauf eingehen und ich bewundere dich weil diesen mut den du da hast das auf die beine zu stellen und ich finde es so schön dass du quasi jetzt so wie vom universum belohnt wirst und dass das immer größer wird und immer größer und immer größer magst du erzählen wie wie kam es dazu wie kam es zu der idee und ja sprechen wir zuerst mal über den über die ufo konferenz und dann über die zweite aber wie kam es über überhaupt auf die idee auch zwei mehr oder weniger gleichzeitig zu veranstalten das ist ja auch eine 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 ochsentour eigentlich na ja das universum nutzt mich gerne und das meine ich in allerhöchster liebe weil ich ja wirklich mein leben lang in verschiedener weise darauf vorbereitet wurde das zu machen was ich jetzt mache und weil ich ja auch in einem bestimmten sein oder bewusstsein angekommen bin oder geschult wurde dass ja kontinuierlich wächst und kontinuierlich weiter expandiert sowie jetzt auch die ufo konferenz expandiert so wachse ich pausenlos mit doch die grundlagen dafür die habe ich natürlich über die ganzen jahrzehnte meiner vorbereitung mir erwirkt erarbeitet erlebt kann man ja sagen oder also allein dass ich mit der technik klar kommt dass ich kommunizieren kann dass ich zwei sprachen spreche dass ich menschen um mich rum habe mit denen ich gut gut klar kommen mit dem ich auf einer wundervollen wellenmenge bin das sind so die ganzen puzzle teile scheinen wie alle zusammengekommen zu sein und jetzt wum in diese hallen zu gehen und in diese orte zu geben weil das universum sozusagen mich dahin gehend führt damit auch noch mehr menschen zusammenkommen weil das menschliche zusammenkommen was uns ja versucht wurde fast zu verbieten über nicht nur versucht es wurde uns verboten vor nicht langer zeit war es nicht mal erlaubt dass paare sich im altenheim treffen oder dass leute zu ostern ihre familien zusammen haben es ist fast und unglaublich wenn man jetzt zurückdenkt und vielleicht hat es aber auch wie alles was so scheinbar so negativ zu sein scheint jedenfalls für manche menschen manche fanden es ja auch richtig und gut und so aber es hat ja auch eine immer eine wenn ein druck ganz groß ist kommt ja danach auch wieder eine welle nach außen und ich glaube deswegen hat das ganze auch gerade jetzt so ein impact weißt du dass wirklich es so menschen erreicht und dass es jetzt auch immer größer wird dass menschen auch über die youtube kanäle die meisten der sprecher kennen nicht alle ich weiß ich habe auch ein paar exoten dabei aber gerade auf der ufo konferenz hast es ja mir vor einem vorgespräch schon gesagt sind ja auch einige dabei die du kennst viele kennen viele und so kommen wir zusammen ich glaube alle sind schon ganz aufgeregt und freuen sich sehr darauf um noch die frage konkret zu beantworten wie es genau jetzt zu diesen zwei events kam also das hat mit dr raymond keller in erster linie zu tun muss ich ganz ehrlich sagen weil dr raymond keller war ja vor zwei jahren hier da haben wir die kleine von der venus mit liebe tour gemacht zusammen da habe ich ja sein buch herausgebracht das aufsteigende venus habe ich übersetzt und auf deutsch veröffentlicht und er war hier und wir haben zusammen in salzburg in kreuzling und den ellwang beim reiner die ersten präsentationen gemeinsam gemacht über die venus über die erde verbindung und über die inhalte seines buches das war der ursprung und da waren wir auch einmal in memmingen weil wir eben beim reiner in ellwang waren haben wir in memmingen im hotel übernachtet und das war zufälligerweise gleich neben der stadthalle memmingen und da habe ich weil das war ein schöner tag und die stadthalle sah so schön aus und irgendwie habe ich da weißt du die innere führung die hat mich da gleich irgendwie hingezogen und hat geguckt hey da könnten wir doch auch mal was machen und dann sind wir da hingegangen haben direkt die leute alle beschäftigt haben eine vor ort begehung gemacht der ray und ich und die haben mir gleich gesagt 20 23 wird eine baustelle sein da werden wir also nicht in die stadthalle können da war ich ganz ganz traurig habe ich gedacht okay und dann hat sich aber herausgestellt es wäre eh zu eng gewesen weil ich war ja 23 dann in montchester und habe selbst in amerika gewirkt mit meinen vorträgen und so habe ich ja dann mit ray auch schon gemacht also so hat es sich ergeben dass wir dann eben hat sich das geführt gefügt geführt dass ich dann auf 2024 angefragt habe dass also die gesamte organisation beider konferenzen geht jetzt über ein jahr etwas über ein jahr von der ersten idee bis zur umsetzung kann man sagen fast zwei jahre und und dadurch dass mir dann die omnic auch noch die omnic onik auch noch zugesagt hat in montchester letztes jahr habe ich die omnic gefragt ob sie denn noch mal nach deutschland kommen würde weil die war ja zwei vor acht jahren das letzte mal hier 2016 und die hatte einen schlaganfall die ist seitdem nicht mehr in europa gewesen und ist einfach angeschlagen auch physisch ja und und die hat mir aber direkt zugesagt in montchester und dann wurde es konkret weil dann habe ich gesagt hey wenn die beiden venus wenn der venus man und die venus frau nach nach deutschland kommen zusammen das ist so was einzigartiges besonderes das wird es wahrscheinlich nicht noch mal geben und die energie und die liebe die bringen das wissen dass die bringen das ist so wow weißt du das ist wichtig dann das zu nutzen und so wurde ich dann um kurz zu sagen also ich könnte das natürlich ausschmücken ohne ende wie es dann dazu kam dass ich auch noch hier auf dem schloss hohenfels auch noch den termin gemacht habe für zwei wochen danach also der ursprung war wirklich damit ray und omnek zwei events haben können weil die ja nun mal beide aus amerika kommen beide vielleicht nicht noch mal kommen sie sind ja beide in den 70ern und beide sind behindert gehbehindert ja und für beide ist es eine große anstrengung und die haben beide zugesagt und deswegen und darum hat sich dann das ganze gebildet und gesammelt darum habe ich dann die anderen sprecher eingeladen gefragt hey kommst du kannst du kommen magst du kommen und so weiter und so fing das an dann weißt du wie so ein wie so ein bienen kokon oder wie irgendwie was so ein nest größer zu werden und so steht es jetzt ja das heißt es geht sprechen wir zuerst mal über die ufo konferenz was ist ja also der kristallisations keim sind die beiden ja kannst dann sagen wer noch dabei ist aber worum geht es dabei im endeffekt ja also ich kann es auch gerne irgendwie besser einblenden ich kann es jetzt weil das ist ein flyer wo praktisch das ist ja so für mich ist das so dass es hier wie bruder und schwester konferenzen sind also es ist praktisch die eine hat den schwerpunkt in der männlichen energie die andere hat den schwerpunkt in der weiblichen energie es ist eine jahrzehntelange prophezeiung die also auch omnek immer wieder erwähnt hat dass mit der transformation der erde in der wir jetzt gerade drin sind auch die männlich und weiblichen kräfte wieder in balance kommen und zwar in einer heilte balance weil wir haben ja wie wir wissen über eine lange zeit von tausenden von jahren eine mehr schwerpunktfall mäßig verletzte männliche energie die sich in patriarchalen ausdrücken und auswirken wüchsen weltweit sozusagen gezeigt hat die hatte einfach die macht und die dominanz und eine und eine mehr oder weniger unterdrückte weibliche energie verletzt waren sie aber beide weil sie waren beide verzerrungen von der ursprünglich göttlich männlichen und göttlich weiblichen energie und jetzt haben wir diese deswegen das ist von der energie her sozusagen stellt das die balance star die ufo konferenz ist das ihnen zeichen mit dem mehr männlichen schwerpunkt und die und die venus liebe konferenz genau genau der spiegel genau die andere seite das also auch der spirituelle hintergrund dahinter denn alle menschen die sich dahin gezogen fühlen zu einer zu beider wie auch immer virtuell persönlich ganz egal die bringen dadurch auch etwas in sich selbst oder die haben die chance etwas auch in sich selbst in irgendeine form der heilung des ausgleichs zu bekommen sei es das bewusstsein sich erweitert sei es dass sie jemandem begegnen der etwas bei ihnen auslöst es gibt unzählige facetten von möglichkeiten die da aber gebündelt zusammenkommen ja es ist schon schon eine große sache auch für mich wenn ich darüber rede ich kann man vorstellen manchmal fragst du dich wie geht das alles ja aber in wahrheit wirst du ja wird das ja durch dich gemacht also du empfinde ich als kanal durch den das geschieht aber wenn das ist trotzdem eine eine ziemliche leistung und ich kann nur sagen bewundere dich gratuliere dazu ja reiner der süße reiner entschuldigung also ich finde es wirklich so herzlich weil er hat schon dreimal gesagt ich ziehe den geistigen hut vor dir wirklich ja magst du die anderen sprecher wollen wir die mal erwähnen ja 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 genau genau du hast mich danach gefragt nicht also dr raymond keller habe ich ja schon erwähnt und dann habe ich die omnic onyx erwähnt wenn wir über einen speziell sprechen wollen das können wir gerne machen du hast mir gesagt du kennst speziell den nepomuk den frank und die tonja weil du mit denen schon mehr kontakt hat ist frank und tonja haben ja mit nepomuk schon den film gemacht und tonja haben sowieso viele tolle filme gemacht da kommt jetzt auch einer raus da ist noch eine geheime premiere auch auf der ufo konferenz die die tonja präsentiert ja und den reiner und den peter denk und 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 ich ja also es ist das peter denkt ist auch sehr bekannt hat eine große reichweite über seine vor allen dingen über einen denkbrief und über telegram und so weiter der ist auch ein sehr beliebter sprecher macht präsentation reiner kennt man ja sowieso denke ich also als aldebaran kontaktler als einen der ersten der einfach auch mit der außerirdischen geschichte und erfahrung in den mitte der 90er jahre in die öffentlichkeit gegangen ist und sich damals wirklich auch dem ausgesetzt hat was auch omnic schwer durch gemacht hat ja das lächerlich machen das beschossen werden also durch den kakao also wir haben alle alle einiges durch und jetzt fühlt sich an als würde es als würde man zusammenkommen und es kriegt jetzt so einen geschmack von hey wir wir werden ja es ist ich habe das gefühl dass ganz dunkles durch also ich glaube die zeit ist einfach rei also wenn ich zurückdenke also ich habe 1987 ja habe ich begonnen 86 85 hat es begonnen zu channelen bei mir und 1987 kamen erstmals eine eine spezielle lichtsprache durch und das war für mich als ehemalige medizinerin war das nicht leicht zu verdauen und auch da war ganz schwierig also die umwelt hat das nicht ganz so gemocht und bin dann irgendwo ein bisschen zurückgegangen und es finde schön dass es jetzt wieder es wird salonfähig quasi kann man sagen ja das meine ich wir dürfen so sein wie wir sind und wir haben im letzten gespräch haben wir auch schon erwähnt also die bücher von omnek omnek oleg omnek oleg omnek oleg so ist der name ja stehen seit vielen jahren schon in meinem regal und nachdem ich selber venus irgendwo assoziiert bin ist es ein ganz starker konnex auch und das buch von raymond keller fand ich wunderschön ich habe es gelesen wie du erzählt hast du hast das übersetzt in deutsch englisch wäre es schwierig gewesen es ist ziemlich anspruchsvoll weil da ist das ist also wahnsinnig recherchiert auch ja also es ist unfassend aber es ist toll und es war schön und ich finde schön dass diese dinge jetzt möglich werden ja und ja magst du sagen also der diese konferenz findet wann statt die die ufo konferenzen den vollständigen titel die ultime also es ist die erste internationale ultimative ufo enthüllungskonferenz schwerpunkt enthüllung ja auf allen ebenen also das ist auch race schwerpunkt vortrag wo es um enthüllung geht über alle möglichen facetten also auch politische aber auch die persönliche enthüllung was jeder selbst erlebt hat dass er sich traut mehr damit nach außen zu gehen dass er mit menschen spricht enthüllung hat mehrere facetten spirituelle enthüllung es gibt verschiedene aspekte der enthüllung es geht hier also nicht nur um physische sichtbarkeit und natürlich werden viele sagen ich habe auch schon eins gesehen und ich habe dies gesehen und so das sind alles wundervolle wichtige wichtige geschichten ja also auch ich habe meine erfahrung aber finde ich irrelevant persönlich ich finde das viel relevanter was ich innerlich erlebe und was ich so wie sich wie sich alles so fügt also ich bin nicht die ufo sichtungsexpertin und schon gar nicht die politische expertin oder die weißt du dass das sind alles die die da kommen wie wissen das alles und die sind da und das wissen zu teilen und das ist vom 21 bis 23 juni also die ufo konferenz in der jetzt großen stadthalle memming nachdem die kleine halle vor vorablauf des frühbucher preises ausverkauft war kleine halle hatte platz platz für 200 personen und wir waren voll und dann seitdem wächst es wieder weißt du es ist wirklich wie du an einleitend ja gesagt hast also die die anja expandiert und die ufo halle expandiert und genau also 21 bis 23 juni in der großen stadthalle memming das heißt es gibt jetzt ich gehe mal davon aus genug platz es gibt jetzt also auch genug tickets auch günstiger als das was ich ursprünglich angesetzt hatte ich hatte ursprünglich gesagt der normal preis ist 220 euro ich habe jetzt also noch mal einen zwischenpreis gemacht wegen der vergrößerung von 190 für die gesamte konferenz und 220 wird dann erst so ungefähr der letzte monat sein oder die letzten zwei drei wochen damit ich einfach auch besser planen kann und einschätzen kann wenn sich dann in den letzten zwei wochen alle anmelden dann drehe ich durch wahrscheinlich deswegen ist es mir besser es ist mir lieber es ist gestaffelt damit ich das so ein bisschen auch mit krieg weißt du deswegen mache ich noch mal einen eine grenze bei weiß noch nicht irgendwo am ende mai anfang juni gibt es dann die erhöhung auf den normalpreis und was vielleicht auch noch wichtig ist oder was finde ich sehr wichtig ist die expansion ist jetzt also auch virtuell das heißt ich hatte termin mit einem tv team dort es hat alles perfekt geklappt das engagement steht es wird also gestreamt und es wird aufgezeichnet also man kann auch wenn man nicht kommen kann so wie du schon gesagt hast du wirst physisch wahrscheinlich eher nicht kommen können aber es gibt ja viele auch auf der ganzen welt die vielleicht gerne schauen würden und das ist natürlich dann auch ein ganz anderer preis das ist dann 99 euro für das live stream ticket man kann aber auch aufzeichnung kaufen dann ist es 149 oder nur die aufzeichnung für 79 und dann kann man eben an allem teilhaben bis auf die ein oder zwei ausnahmen die einfach aus rechtlichen gründen wegen des urheberrechts und wegen der premiere speziell bei der tonja weiß ich da ist das streaming und das aufzeichnen nicht erlaubt aber alles andere alle anderen präsentation die panels und so weiter das wird alles gestreamt und und auch aufgezeichnet toll also es reicht viele viele menschen und ich freue mich wenn von meiner community auch einige dabei sind dann machen wir das ja danke sag und die zweite konferenz magst du da ein bisschen erzählen das ist ja auch wichtig ja die zweite konferenz die ist halt die etwas stillere die ist komplexer die macht mir also gestern war ich auf dem schloss hohenfels also die zweite konferenz ist die kriegst du hörst du sofort ich krieg gleich eine ganz andere stimme es ist die weibliche es ist die weibliche energie sie findet auf dem auch wenn du dir die beiden homepages anguckst ja du siehst genau die eine die halle ja die ufo konferenz findet ja in der stadthalle statt die hat eine futuristische architektur die ist in der in der stadt und so ja das ist viel kantiger ich durchflutet aber kannte ich eckig und die zweite konferenz die findet eben fast im märchenschloss statt ja da ist es die das schloss hohenfels und ich wohne nun zufälligerweise in hohenfels am bodensee und das schloss hohenfels vielleicht schon ich da früher mal gewohnt so weißt du keine ahnung diesen flashback hatte ich jetzt noch nicht aber es ist nun wirklich bei mir um die ecke nur fünf kilometer entfernt und diese konferenz findet dann zwei wochen später statt also vom vierten bis siebten juli und ist eben insgesamt viel komplexer weil da gibt es dann auch noch workshops parallel da machen wir abends auf der wiese sky watches da lassen wir uns überraschen was vielleicht auftaucht aber auch nicht es geht einfach ums zusammensein zusammen im hochsommer auf der wiese sitzen mit omnek und ray am ersten abend auch mit reiner und es gibt die möglichkeit dort zu übernachten wobei wir dort auch fast voll sind also status heute wenn das video draußen ist vielleicht ist es dann schon voll sind es noch fünf zimmer glaube ich ja es gibt noch 20 tickets ungefähr und man kann ja auch in der umgebung übernachten wenn es voll ist dann tatsächlich und wer ist da dabei auch die omnek und der ray also wir haben drei die dann eben parallel laufen um der gray und reiner weil reiner ist für mich auch ein ganz persönlich wichtiges bindeglied weil er mir die erste bühne gegeben hat er er war der erste der vom herzen her erkannt hat hey mit der anja da wird noch was was so ungefähr und der hat mir am 20 8 20 22 das erste mal die möglichkeit gegeben weil ich hatte immer so viel angst vor sowas ich hatte angst vor menschen ich hatte angst zu sprechen ich ich war das ich es war mein persönlicher durchbruch michelle deswegen ist mir der reiner so wichtig und was und deswegen unterstütze ich ihn auch wahrscheinlich immer irgendwie weil er mir einfach diesen schritt ermöglicht hat nach außen zu gehen und ich war es hilfe er war der geburtshelfer für die anja die die ihr gesicht dann anfing nach außen zu zeigen nachdem ich ja in meiner venus schulung in der omnek im omnek schatten eigentlich immer im hintergrund war bis ich 52 war und und mit und er hat mir eben diese chance gegeben und deswegen habe ich ihn natürlich eingeladen auf beiden konferenzen dabei zu sein also er hält auch der ufo konferenz natürlich eine richtige präsentation und auf der venus auch aber eine kürzere und da ist die auch hat einen anderen schwerpunkt und da gibt er auch einen workshop also seelenreise workshop der reiner und die anderen einige davon werden auch sind auch sehr bekannt mittlerweile der uwe breuer zum beispiel der nennt sich auch seelenwanderer und der macht ja auch viele ausbildungen und viele youtube informationen also auch ein ganz ganz angebundener ganz toller ganz toller mensch ganz toller lehrer auch und der ist dabei dann die saskia vogtländer mein meinen schwester schatz gewissermaßen dieses bisschen frech die hat sowas drachiges aber die ist auch ganz klar und ganz ganz spitze ja spinze frau ihres und joseppe merlino sind sehr bekannte musiker also besonders der pipo der hat schon viele cds gemacht die sind über prana house veröffentlicht die machen ganz viel sehr seelenreiche musik mit handpants sie gesingt jetzt dazu und es ist sind auch ein paar seit 35 jahren soweit ich weiß also die begleiten das ganze event musikalisch die machen eröffnungs und abschiedskonzert abschlusskonzert abschied gibt es gar nicht ja aber so ein abschlusskonzert und werden auch zwischendurch immer mal mit klängen dabei sein und geben auch zwei workshops und last but not least das ist ein die führe ich ein in die in den deutschen raum sozusagen die pratnia pandit mit der mache ich ab am 20 bis 24 april auch ein retweet also ich gebe mein erstes retweet zusammen mit der pratnia in dubai und zwar twin flames integrated weil wir sind beide twin flames das heißt wir sind zwillings zwillingsseelen wir sind nicht miteinander zwillingsseelen aber jede ist eine zwillingsseele und dadurch haben wir uns kennengelernt und wirken haben jetzt angefangen zusammen zu wirken ich übersetze auch gerade ihr buch und gebe es aus passend zur konferenz und sie wird auch dabei sein sie habe ich eingeladen und wir machen zusammen einen vortrag eine präsentation über die liebe über die das divine upgrade also wird die wein upgrade wird das heißen das göttliche upgrade was alle partnerschaften mit männlich und weiblich in eine in eine ganz neue welt führt sozusagen in einen in einen in die heilung und und wir machen auch einen workshop zusammen aber am wochenende drauf weil das kriegen wir dann nicht mehr und das schloss da und der retweet ist jetzt im im frühjahr war schon nächste woche ich fliege am dienstag nach dubai und das retweet ist dort auch in charter bei dubai vom 20 bis 24 april ja das werden wir da nicht mit reingekriegen aber vielleicht machst du wieder eins vielleicht können auch darüber dann sprechen also jetzt mal diese zwei konferenzen ich finde es ist so ein wunderschöner ausgleich die beiden ja also das da da fühlt sich für mich sehr sehr gut an wird die zweite konferenz auch aufgezeichnet gestreamt bin ich noch dran ich habe den filmteam menschen schon gefragt der hatte eventuell an dem an der zu der zeit schon was anderes der muss mir noch der will mir noch bescheid sagen ich habe es auch noch nicht entschieden ob ich es wirklich will ich weiß es noch nicht michelle es ist noch offen es hat natürlich breitere wirkungskraft auf der anderen seite ja vielleicht ist es ein bisschen zu sehr young wir werden es ja sehen also entscheiden ich weiß noch nicht wie die himmlische führung ich es könnte sein ja es könnte sein ja wenn es wenn es soweit ist und wenn das mit dem team klappt wäre es wahrscheinlich dann am für mich für uns am einfachsten weil dann haben wir schon mal die ufo zusammen gemacht dann wissen wir klappt alles und so dann kann der auch auf die venus kommen es wird sich es wird noch es wird noch verkündet wenn es sein soll wird sein da vertraue ich vertraue ich hier meine liebe also ich finde es wunderschön und ich freue mich dass ich das auch quasi vorstellen darf weil ja mir hat es im herzen angesprochen magst du noch irgendetwas hinzufügen noch etwas quasi mitgeben außer dankbarkeit dankbarkeit für dich michelle du hast ja auch mein newsletter reagiert du hast den newsletter bekommen als ich das nebomuk video gepostet habe ich habe schon vorher welche bekommen und ich habe mir die interviews alle angeschaut also deine interviews mit den teilnehmenden aber nachdem ich gerade selbst mit nebomuk in in gespräch war für unser gespräch war irgendwie so ganz klar dann möchte das irgendwie verbinden und das quasi der nebomuk ist quasi die brücke guck mal wie diese drähte alle so sich führen oder wir wir als ich glaube das ist wirklich das geniale an dieser technik weil dadurch kommen wir seelen praktisch zusammen auch weißt du wie hätten wir stell dir vor vor 100 jahren wir haben uns nie getroffen wir könnten nicht zusammen wirken und da da kann man wirklich staunen wie wie alles so und ich glaube hier breiter wir das verstreuen und jetzt hast du den impuls gehabt jetzt sehen es deine menschen über deinen kanal meine dann ja auch und erzählen es weiter das ist großartig denn es geht hier wirklich darum wir nehmen manchmal echt dicke worte in den mund aber es geht ja um die befreiung es geht ja um ein um eine veränderung der der frequenz der erde in eine in eine in eine ebene der wo liebe und verbundenheit miteinander akzeptanz dankbarkeit wo eine ganz andere schwingungsfrequenz einfach vorherrscht und die kontrolle und die manipulation und dieses ganze urteilen was ja wirklich seit tausenden von jahren die menschheit und die erde in klauen hält ja das bricht jetzt und ich ich finde es phänomenal dass ich ein teil davon sein darf und dass ich das mit dass ich da so ich will ja nicht sagen ich glaube daran sondern ich weiß dass das so ist und ich weiß dass ich dafür hier bin das ist phänomenal also für mich ist auch die die neue erde was hat die neue erde als neue erde als paradies auf erden satya yoga wie auch immer man es nennt fünfte dimension höhere dimensionen eigentlich ist auch im moment ein bisschen haupt thema weil auch zwei bücher durchgekommen sind dazu und ja also wir sind alle auf dem weg und jeder trägt zu seinen kleinen mosaik stein bei damit das ganze ein schönes leuchtendes mosaik wird so ist das ja genau also die beiden kongresse sind sicher ein ein ganz wichtiger baustein und ich freue mich dass also zumindest der eine für mich erreichbar wird weil so wie gesagt das dabei kann ich nicht sein aber die aufzeichnung kann ich mir sicher irgendwann und da freue ich mich sehr entschuldigung ich hätte das wirklich forschen auf stumm schicken sollen wer schickt mir denn hier pausenlos irgendwelche klinken jetzt mache ich das noch schnell für die letzten zwei minuten macht ja nichts macht ja nichts wenn es wenn es dieses dreams gibt also das ist ganz klar das ist mein dankeschön an dich also da schicke ich dir auf jeden fall den zugang ja das ist ganz lieb also ganz ganz klar du kannst auf jeden fall ich nehme mal an dass wir auch die venus zumindest aufzeichnen also davon gehe ich mal schwer aus aber wenn das filmteam da auch kommt dann macht es natürlich sinn dann können sie streamen und aufzeichnen dann werden wir das wahrscheinlich schon machen ja das was ich dich gerne noch fragen würde wenn ich darf ist wie siehst denn du diesen aspekt der es gibt ja weißt du das was ich jetzt so vertrete und was du auch sagst was du sagst was durch deine bücher durchgekommen ist und so dass das ist so und wie eine eigene welt kann man sagen weil wenn man jetzt so den fernseher anschaltet oder auf die nachrichten oder auf die auf die schlagzeilen in zeitungen und so weiter guckt oder in andere kanäle recherchiert dann gibt es ja immer noch oder was so in der welt los ist dann gibt es ja auch immer noch eine andere seite oder naja also mir gefällt die idee ganz gut der verschiedenen zeitlinien ja auf denen wir uns bewegen also ich halte ja von dem begriff rückführungen nicht sie habe früher rückführungen gemacht in wahrzins hinüberführungen weil es ja keine lineare zeit gibt also gibt es keine vergangenheit gegenwart und zukunft und ich glaube dass auch jetzt also für mich ist die neue erde schon da ja die frage ist wie wie resonant sind wir dafür und ich habe ja erwähnt ich bin ich habe irgendwo eine venus assoziierung weil meine geistige wesenheit die mich eben seit 1985 86 begleitet konsequent ich bin dabei wieder gerade ein buch aus all diesem material herauszubringen ist in einem wort zu umfassen liebe ja also daher der konnex zu liebe liebe ist der weg liebe ist die antwort liebe ist das heilmittel liebe ist die lösung und liebe in all ihren phasen und facetten und ausdrucksformen und schwingungsebenen und es geht einfach darum in die schwingungsebene zu kommen wo die neue erde uns empfängt ja die bücher heißen auch deine neue erde wartet auf dich oder oder erwartet dich ja also ich glaube wir sind einfach auf verschiedenen zeitlinien unterwegs und also ich glaube nicht dass das so quantensprünge sind sondern für mich ist es so ein kontinuierlicher prozess wo man immer wieder manchmal auch einen rückschritt machen darf ja weil es heißt so schön wie wir leisten jetzt alle schatten arbeit weil wir auch vieles aus den ahnen aufarbeiten ja lösen dürfen ja und da gibt es immer wieder paar schritte vor dann einen schritt zurück dann fallen wir wieder zurück auch in unsere eigene höhen menschen vergangenheit weil uns stress ein holt aber in wahrheit ist es für mich schon ein ein im endeffekt kontinuierlicher langsamer prozess in richtung ja goldene seitalter satya yoga ja und und letztlich wie so schön heißt der weg ist das ziel und je liebevoller mit anderen und mit uns selbst wir diesen weg gehen umso ja umso angenehmer fühlt er sich an umso weniger blockaden wird es geben und umso leichter überwinden wir die blockaden und also ich kann mir vorstellen bei deinen veranstaltungs vorbereitungen gibt es auch die eine oder andere blockade und da gibt es immer zwei verschiedene möglichkeiten zu reagieren nicht im sinne der neuen erde oder im sinne der alten erde und ich habe so das gefühl also wir wirkst auf mich sehr hingabe fähig ja und ich glaube das müssen wir sein das dürfen wir sein ja weil weil wir uns einfach führen lassen von diesen marionetten fäden wo unsere seele unsere höhere selbst die geistige welt des universums gott wie auch immer wir es nennen uns leitet ja und dich leitet in so ein großes projekt also wenn ich mir vorstelle dass ich das veranstalten müsste wird ganz schwindelig ja darum ich bewundere das wirklich grenzenlos aber ich nehme einfach wahr du du lässt dich führen ja und das ist toll fand auch was du sagst mit diesen blockaden ja weil und hingabe fähigkeit das ist zum beispiel ein ein so ein aspekt wo ich sagen würde dass ich durch diese langjährige nähe mit der omne tatsächlich innerlich spirituell geschult bin um auch mit scheinbaren widerständen und schwierigkeiten einfach weißt du mit dem jonglier ich ich lasse mich nichts von nichts wirklich aus dem konzept bringen weil zum beispiel letzte woche hatten wir hier in den internet ausfall angeblich war irgendwo ein kasten beschädigt keine ahnung wir hatten kein erdbeben nicht dass ich wüsste und ich weiß nicht genau ich weiß nicht was es war aber ich hatte für den nächsten tag diesen gesprächstermin angesetzt diesen so dieses zoom gespräch mit reiner und vielleicht mit frank weil frank wusste nicht ob er die zeit haben wird um reinzukommen es war also frank sicher quatsch reiner sicher spontan eventuell frank und ich weiß wie beschäftigt wir alle sind ich wollte also nicht panik verbreiten und sagen bei mir ist das internet ausgefallen kann ich euch verschieben oder irgendwie stress machen ich habe stattdessen geschaut was kann ich für alternativen finden habe also geguckt in welchem büro wo gibt es internet in der nachbarstadt bei meinem kollegen und mitwirker auch mario habe ich gefragt kann ich zur not bei dir den zoom call machen der hat mir auch grünes licht gegeben ich hätte also ich habe gesagt ich mache den zoom auf alle fälle wenn bei mir zuhause internet nicht geht dann fahre ich nach stocker und mache es in ungewohnter umgebung aber dann mache ich da beim mario und was ist es ging wieder und ich konnte alles ganz gewohnt durchziehen aber ich habe jongliert wie wie löse ich das sozusagen so da gehe ich das geht ganz schnell bei mir inzwischen also ich glaube wenn wir uns führen lassen und keinen widerstand setzen dann werden wir auch geführt und dann funktionieren die dinge auch und manchmal braucht es einfach vertrauen und das das warst du offensichtlich aber übrigens ein schönes gespräch weil das gott erwähnt ihr habt natürlich auch gesehen danke ja ich fand es auch meine liebe ich danke dir danke dir und ich wünsche dir ja viel erfolg und den hast du und ja ich denke wir werden uns wiedersehen wir sehen uns wieder und